Wie viel Zeit hab ich denn noch? Wie viel Zeit du noch hast? 1.30. Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Smite. Heute zum letzten Mal auf der Karte, so wie wir sie kennen. Denn der Patch ist angekündigt. Der kommt morgen und wenn ihr das hier seht, ist es vielleicht schon heute. Seht ihr die Karte? Oder höchstwahrscheinlich. Seht ihr die Karte? Alles wird anders sein. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Und es ist ja sowieso nichts mehr so, wie es mal war. Mit Dschunglern und allem. Aber ich spiel Nies, so wie sie war. Außer, dass ich nicht Death toll als Starter-Item hab, denn das ist im Moment scheiße. Aber das wird mit dem nächsten Patch wieder besser. Oder Riku? Ja. Genau. Auf alle Fälle spiel ich Nies jetzt, eben halt Variant habe ich Stufe 2, da gibt es noch nichts groß auszuwählen. 2 Lebenstränge und 1 Mana-Trank. Und wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich 1 Lebenstrang und 1 Mana-Trank nehmen sollen, was soll's. Äh, 1 Lebenstrang und 2 Mana-Tränke. Aber wie gesagt, was soll's. Riku, wollen wir Body blocken? Aha. Zeus ist hier. Zeus hat Bock. Hallo Zeus. Wie geht's dir, Zeus? Du hast ja den super hässlichen Skin. Boah, bist du hässlich. Und Riku hat das Voice-Pack für ihn hier und sieht ja nicht geil aus. Oh, wenn ihr Riku im echten Leben kennen würdet, ihr würdet denken, er wäre die Vorlage für ihn hier gewesen. Nein. Das ist glatt weggelogen. Riku, du bist heute dabei, ne? Nein. Nein, Riku ist heute nicht dabei. Na, dann müssen wir ja Bescheid. Aber wir Body blocken hier den Speed-Buff mit Zeus zusammen. Ich weiß nur noch nicht, wer ihn kriegt. Haben wir uns noch nicht drauf geeinigt. Oh, Zeus investiert Mana. Na, wenn er ihn haben will, ist es mir egal. Auch wenn er auf dich eigentlich mehr Sinn macht, oder? Scheint so. Denn Zeus geht weg. Auf alle Fälle der Smite-Patch. Demnächst kann ich Türme angreifen als Ranged-Ad-Carry, ohne vom Turm getroffen zu werden. Ah, Last Hitten. Die Gegner fehlen noch. Oh Gott, bin ich gut im Last Hitten. Das ist einfach dich, Last Hitten. Wie ist die Idee? Oh Gott, bin ich gut im Last Hitten. Oh, Last Hitten. Oh, der war aber tricky. Dem habe ich es gegeben. Oh nein. Jetzt schießt mich auf Level 2. Komm. Es sind doch beide da, von daher ist Last Hitten jetzt vorbei. Anubis ist so Backlane. Anubis hat Mana und Angriffs-Buff. Oh nein, das hatten wir vorhin schon. Oh, das war so ätzend. Aber jetzt ist ja mein Carry auch viel besser. Ja, hoffentlich. Warum pushen wir immer noch so aggressiv, wenn die beiden so nervig sind? Ich weiß nicht. Oh, Neja hat einen Doppelkill. Beziehungsweise Naja. Ach Gott, du bist ja so witzig. Ups. Witz. Upsalada, hat er mich nicht erwischt. Was ein Schock, oder? Ja, aber ich ihn auch nicht. Ach ja. Ich habe irgendwie verschiebt. Hey Anubis, ich treffe dich wieder. Oh. Und er dich. Ja. Komm. Ich zeige. Ah gut, der Gegner ist mit der ist noch da. Ähm, okay. Ich setze meine Wave. Da, so Back. Ja. Hallo, so Back. Oh nein. Ach Leute, ich habe fünf Haltränke dabei, also. Ja, ja. Ich habe den Anudis, äh, den Anudis, ja. Ja, den Anudis, der ist ja jetzt eine Notte. Deswegen Anudis. Ach so, Back. Dann schließe ich halt auf dich. Oh. Was zum, der hat das, der hat das negiert, der hat das. Geht weg. Naja. Der hat. Pfff. Trotzdem bei mir getroffen. Der war immun gegen meinen Freeze, obwohl ich ihn getroffen habe. Und man auch gesehen hat, dass ich ihn getroffen habe. Ist es auf Cooldown? Ah, jetzt nicht mehr. Oh Gott. Oh, Gürtel verschwendet. Das ist ja ärgerlich. Jupp, und ich habe dem noch ein bisschen Schaden gemacht, den Anubis. Ich will aber jetzt gleich trotzdem zurück. Ja, das darfst du. Nein, geh weg. Pff. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Du musst da weg. Ja, ja, geh du ruhig. Ich habe dem Anubis wieder ein bisschen Schaden reingedrückt. Okay, bis gleich. Und verbrauch hier Mana-Tränke wie am... Na ja. Ich kann mir die Schuhe noch nicht weiter kaufen. Hauen die ab? Ja, der so weg ist weg. Na dann. Wo bist du es noch da? Ich will jetzt mal eine Ulti haben. Ich mache die Minion-Welle noch mit. Jo. Ah, ich will die Last Hits haben. Braucht ihr unbedingt als Tank. Oh, mehr Arranger wie Rechts-Tänken. Wie wollen wir das unauffällig machen? Ich weiß es nicht. Äh, ja toll. Das war ja überhaupt nicht unauffällig. Ähm, Minion-Welle... Hättest du ihn eingefroren, hätte der Richtige den Kill bekommen. Nein, ich wollte den. Ach, der Tank muss den ja haben. Ja, nein, bei der Minion-Naja-Kombi will ich den Kill haben. Ach so. Weil Minion-Naja so kreativ ist. Ja. So, wo ist denn der Poseidon auf Mitte? Hm, ich gehe zurück in die Basis. Ja, ja. Ich knaffe den Sobek hier ein bisschen. Alles klar. Bei Sobek, na? Geh mich doch ran. Komm, tu es. Oh mein Gott, Naja wird links wieder auf fahren. Okay. Oh, jetzt habe ich gar nicht von Kippe mehr aufgepasst. Ach, Gott. Na? Oh nein. Was macht Zeus da gegen Odin? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Also hätte ich Odin früher in meiner Ultimate richtig angesiedelt gehabt, dann wäre alles super gewesen. Aber so wie es jetzt war es nicht so spitze. Uhu. Tschüss. Sokos von denen reagiert extrem lahm. Der hätte mich gerade eben killen können. Oh, oh. Ich habe einen Fehler gemacht. Und wieder die Scheiße. Geh weg. Mehr als eben ein bisschen verlangsamen kann ich nicht machen. Ach du Scheiße. Ach, verdammt. Ich habe leider keinen Mana mehr gehabt um ihn. Ach du bist tot. Ja, mein Backflip war nicht wieder da. Oh je. Wie viel lebt der Anubis noch? Noch ziemlich viel. Ertränke wie blöd. Oh, wie unnötig. Lasst mich doch mal in Ruhe hier. Ah. Habe ich noch auf Mitte geholt und es hat nicht gereicht. Bleh. Ah, da hieß er eine dämpfliche Sprung. Na ja, geh zurück. Ah. Oh ja, stimmt. Ja, und zwar beide jetzt wie es scheint. Willst du, okay. Ja, ne, ich wollte nur noch die Lane da gerade. Ja, guter Einwand. Ach, der Zeus interessiert sich nicht dafür. Merk schon. Na, solange er uns dann nicht anflamend. Bist du wieder da? Ja. Willst du... Äh, ich gehe in Mitte zu Zeus. Okay. Falls das nicht schon zu spät ist. Falls das nicht schon zu spät ist. Das war ja ein Spitzengang von der rechten Lane. Nein. Wollen wir hier pushen gerade, oder? Ähm, sollten wir, glaube ich. Dann machen wir das doch mal. Der Tumir ist ja anscheinend auch gleich kaputt. Der ist auch gleich kaputt, ja. Ähm, irgendeiner von euch armen Schwein tankt den gerade. Und du gehst jetzt vermutlich drauf. Tschüss, Viguh. Tschüss, Zeus. Was wollten wir jetzt noch von mir? Ganz ohne Flachsen hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wer habt ihr jetzt alle weg? Ich musste da noch jemanden töten und... Oh Gott. Hades kommt. Ja, wenn der noch ein bisschen gewartig hätte, wäre ich auch da gewesen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier los? Das war jetzt ein 2 gegen 2 Feld? Scheint so. Ich bin wieder da, sofort. Obwohl ich das hier so sehe. Na? Oh, Anubis. Im Dschungel. Ja, ich passe hier ein bisschen auf und der Zeus hat den jetzt kaputt. Was ich übrigens gerade mit meiner Heilattacke gemacht habe. Ich hatte sie für die Leute, die hier zugucken, in zwei meiner Wellen gesetzt, um mich zu heilen. Warum auch immer, weil ich anschließend zurückgegangen bin. Ah, ich will die Vauersklaus, ja. Also eigentlich wollte ich wieder zurück, aber... Ich will wieder auf die rechte Lane. Ja, eigentlich auch, aber unsere Leute sind irgendwie gerade links in den Dschungel gegangen. Ja, da sind sie beide immer noch auf Mitte. Sobek geht nach rechts, Anubis geht nach rechts, Hundbarz geht nach rechts. Die gehen alle nach rechts? Drei Stück zumindest. Das ist ja ärgerlich, dass da jetzt einer verteidigt. Geh mal durch unsere Dschungelroute, ob die unsere Buffs machen. Vor allem den Angriffs-Buff zu machen gerade. Also ihren. Achso, ja dann. Wann sollen die den machen? Oh, hier ist ein Sobek, der kommt von hinten. Achtung, beide kommen von hinten. Das ist ja ärgerlich, dass ich das wusste. Gut. Tschüss, Anubis. Sehr gut gemacht, Rico. Gut, ich hätte die Wand vielleicht besser in die andere Richtung gemacht, aber ist ja egal. So lobe ich mir, dass mein Tank mir so die Kills schenkt. Komm, Sobek, komm, glaub es, glaub dran, glaub, dass du es kannst. Wie dreist du da. Oh, oh, Sobek, kannst du mit Zeus, Sobek, kannst du mit Zeus. Zeus, was machst du da? Das war mehr als nur klar, Zeus. Ja. Dass er überlebt, war nicht so klar. Und, äh, ich befürchte, dass Poseidon bald zu uns stoßen wird. Okay. Dann hau ich wohl mal ab. Ja, da ist er auch schon. Oh, ich wollte ihn noch treffen. Hallo Poseidon, schön, dass du... Was? Nein, Hades, wir waren doch Freunde. Ja, der Naja macht ja jetzt einen Double Kill und dann... Dann ist alles in Ordnung. Ja, Zeus, du versteckst dich da, prima. Sieht bestimmt keinen Gegner. Ne, woran denn auch? Oh, fuck, fuck, fuck. Ich bin da. Äh, und der Sobek fehlt, ne? Meiner ist viel cooler. Meiner ist viel cooler. Enemy missing right. Ich glaube, dass man ihm hier so selten auf Mitte spielt, weil das Mittel klingt so viel cooler. Enemy missing middle. Oh, Gott. Weil wir... Ach, meine Güte. Oh, die wollen mich. Ach, meine Güte. Ey. Die kriegen mich. Na, wenn denen das die ganzen Opfer wert sind? Nein. Da steht noch einer, da steht noch einer. Ihr seid noch nicht fertig, ihr wollt mehr. Ja, ich sterb da. Was? Das meint ich nicht. Ähm, was will ich denn? Was haben die denn im Gegner zu ihm? Oh, die dir. Und nein, ich muss überleben. Äh, haut beide ab, der Tower ist egal. Ja, schade. Der Zubeck war fast tot. Naja, ich war leider auch tot. Sonst hätte ich jetzt... BOOM! Fuck my man. Der Zubeck. Aber die sind beide zurückgegangen, ne? Ja. Nein. Pff. Okay. Wenn wir schnell sind, ist der Poseidon tot. Wenn wir durch den Dschungel kommen. Äh, ich auch. Äh, ne, du kannst von vorne kommen. Ich bin ja schon voraus. Er haut gerade ab, ich hab's gesehen. Oh, das ist ja... Das ist ja schwach. Also, er läuft nach hinten. Irgendwo hin. Das ist ja schwach. Er zieht sich zurück. Er... ...ist weg. Ah, wie ärgerlich. Gott, wie sehr ich dieses Voice-Pack liebe. Ich stacke übrigens jetzt. Jetzt noch das Agni-Voice-Pack und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ja. Wir haben übrigens den Speed-Buff noch nicht einmal gemacht, seitdem wir angefangen haben. Wollen wir die Minions, die Poshelon Speed-Buff da machen? Alles meine Stacks. Ja, danke schön. Was stackst du? Nix. Ah, gut. Na, dann freu ich mich ja immer. Oh nein, ich hab's so weggetroffen. Oh. Schreib's einfach nochmal. Auch wenn dann... Ey. Mir doch egal, ich hab Lifestyle. No idea. Oh, leider hast du es nicht gemacht. Willst du eventuell Cooldown Reduction für dich? Äh, wenn wir ihn eh schon machen. Klar machen wir jetzt alle Buffs. Vergesst du es? Gott. Was ist denn da los? Links. Na, da sind halt unsere Gegner. Oh. Poseidon, mit dir hab ich noch ne Rechnung offen. Dann gehst du so weit runter. Da ist er denn. Da ist er. Hallo Poseidon. Mhm. Da. Hallo Poseidon. Tschüss Poseidon. Äh, und unser Tower geht gerade drauf. Ach ja, egal. Ich hatte Rache an Poseidon. Jetzt pushen wir rechts. Und unser Tower ist jede Form der Rache wert. Unbutz, der Gegnerische ist raus. Maaah. Das ist doof. Gegner, die das Spiel verlassen, sind doof. Wenn ihr das Spiel verlässt, nur weil es mal nicht läuft, dann seid ihr alle doof. So ein bisschen Stacks klauen, ach nee doch nicht, dann ist ja gut. Du und mir Stacks klauen, so ein Blödsinn. Ach man. Was stackst du denn inzwischen? Was stackst du denn inzwischen, hm? Ich stack ja immer noch nix. Oh, das wär'n Ding. Wie denn auch, ich war doch seitdem nicht in der Base. So, Minions mal töten. Und gleich ist der Turm hier weg. Oh, Mitte ganken danach. Okay. Könnt ihr auch mal'n Girdel benutzen, mal. Äh, wer ist? Achso. Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, was zur Hölle. Ist nicht, ist nicht so wegsernst. Rico, du hast da ein Problem. Jo, das hab ich wohl. Und der. Und ich hab da auch noch ein Problem. Uah! Und Tonplatz ist wieder da. Das freut uns doch. Und unser Zeus hat da ein Problem, ist wahrscheinlich. Und warum sagst du Curses? Weil. Passt doch zur Situation ganz gut. Ah. Fandest du nicht? Ne, find ich nicht. Ich rede so wenig über das Spiel. Ja. Jetzt wo ich tot bin, kann ich ein bisschen über Nies reden. Nies ist ein Range Physical Carrying. Und mit ihrer passive, ähm, hinterlässt sie mit ihrem Rücken. Rückwärtssprung. Und wenn Gegner sterben, eine gebrochene Welle am Boden. Was keine Welle ist, sondern ein Gewebe. Die man benutzen kann. Mit der 1 schießt sie einen Schuss gerade nach vorne, der durch Wände gehen kann. Gegner, die davon getroffen werden, nehmen Schaden und sind eingewebt, dass sie schlecht stehen. Mit der 2 saugt sie Gegnern Lebenshaus. Mit den 3 macht sie den Rückwärtssprung. Und setzt eine Welle und mit der 4 kann sie über die ganze Map schießen und Leute damit treffen. Und Naja hat Poseidon getötet. Ist das schön. Und Hunvats, wo ist Hunvats? Puscht er jetzt in der Mitte? Ich hab keine Ahnung, aber ich bin am Weg nach Mitte. Ähm. Oh, fuck. Lass uns mal Naja entgegenkommen. Ja. On my way. Oh, oder lass Anubis ganken. Ganken? Die treiben sich ja da irgendwo rum. Glauben, die sind hier ungestört. Zwei mal, was machen die? Sobek ist schon wieder Mitte. Wo gehen die lang? Dann fahr' mich halt. Stack. Oh, da ist er ja. Das war ja einfach. Da ist er ja wieder weg. Der hat aber auch bisher null Kills. 0-7-4 hat der Anubis. Oh, Hunvats ist da. Oh. Oh, das ist ein bisschen weit weg von uns. Also für dich nicht, aber. Ja, ich weiß. Und ich hab Odin getroffen anstatt Hunvats. Mordsleistung, wie ich sagen muss. Aber Odin ist da fast tot. Und ich push hier weiter. Ihr braucht mich nicht. Nö, mich eigentlich auch nicht. Nö, absolut nicht. Musst ich doch. Poseidon kommt auf Mitte wieder. Oh nein, Poseidon, du wirst doch nicht etwa aus dem Dschungel kommen. Poseidon wird aus dem Dschungel kommen. Poseidon wird aus dem Dschungel kommen. Poseidon wird aus dem rechten Dschungel kommen. Warum gehst du da rein? Warum du nicht? Hast du sie noch alle? Bisschen Angst machen. Jetzt solltest du gehen. Ja, jetzt. Genau jetzt. Warum sollte ich denn gehen? Na, weil ich gesehen hab, dass da der Anubis kommt. Oh nein, der Anubis. Weißt du, warum ich keine Angst vor dem Anubis hab? Ach, du meinst, weil er 0-7-4 hat? Weil er Anubis. Ah, wahaha. Für den schlechten Witz klau ich dir jetzt erstmal den Buff. Aha. Fick dich. Viel Spaß alleine, ich werde nicht mehr mit dir lamen. Ach jo. Ja, ich bin jetzt pisstig. und verbessere meine Beats. War aus Versehen, sorry. Ja, ja, war aus Versehen. Ups. Oh. Ich will den Kill. Ach, scheiße. Hast du die Ulti benutzt? Ja. That's too bad. That's too bad. Oh, ich bin gleich fertig mit Stacken. Humbats. Bei euch. Ah. Ich seh's. Ich hol mir den Speed Buff, denn der mag mich noch. Was ich hier übrigens für ein Bild spiele, ist ein ziemlich typisches AD Carry Build, das man auf Neath nicht unbedingt spielen muss, egal wegen Devour-Sklafs, denn Neath hat einen eingebauten Lifestyle, aber man kann es so spielen. Naja ist tot. Oh, scheiße. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie doch geliebt. Wenn ich jetzt meine Ulti hätte, das wäre toll, oder? Oh. Dann pushen wir jetzt den Phönix. Aha. Ja, natürlich pushen wir jetzt den Phönix. Während Hades sich... Ach, Anubis. Ei. Ei, na? Aua. Okay, wir pushen nicht den Phönix. Wir gehen zu Hades. Okay. Ich kann nicht klug zu sein, und dass es ein Anubis ist. Der zwar eh nicht trifft, aber... Der zwar eh nicht trifft. Das ist doch wahr. Ey. Das ist ja ein Schock, dass du da verfehlst. Hast du denn eine Ulti gemacht, oder? Nein, ich habe mich geheilt. Achso. Poheilung und so. Oh ja, kommt ja. Guck mal, wo die gebrochene Welle liegt. Ey, Humbatz. Aua. Humbatz, willst du... Oh, Humbatz, komm doch näher. Kommt in meine gebrochene Welle. Aua. Uuua. Wenn ich durch eine gebrochene Welle schieße mit meiner Einzelmädchen Aoe-Attacke, die in dem Kreis, den ihr gerade eben bei der Welle gesehen habt, äh, Schaden macht. Und zwar massig. Und die Gegner genauso eingegelt. Ich kann damit auch doppel Schadentreffer machen. Humbatz wird aus dem Dschungel kommen. Nehmen wir es an. Oh, Humbatz. Das ist ja ein Schock. Du nicht. Gut, er hätte durchspringen können, aber er hat es nicht gemacht. Ja, ist frustriert umgedreht. Naja geht in Richtung Feuergiganten. Ich weiß nicht ganz, was Naja beim Feuergiganten freut. Ich will ganken anscheinend. Oder auch nicht. Nö, jetzt geht es wieder... Fängt auch schon damit an. Oh, Naja will den Anubis naschen. Der das wohl gemerkt hat. Oh. Was ja doof. Was ja uncool. Oh. Verflixt. Ich will aber gar nicht sterben. Nein. 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 Oh. Der blöde Poseidon. Ich hatte meine Wand noch nicht. Ich habe jetzt erst Bullwark of Hope fertig, was mich wahrscheinlich in dem Moment auch gerettet hätte. Ja, wahrscheinlich. Ich bin mal weg. Jo. Oh, mehr Geld. Oh, Naja ist tot. Na ja. Ich muss den Gegnern die Illusion lassen, sie könnten noch gewinnen. Ist nicht zu wenigen Teilen meine Schuld, dass Naja da gestorben ist. Du bist schuld, ja. Das sehe ich auch so. Ähm, warte mal. Wir brauchen... Und wir brauchen eine linke Lane, die nicht kaputt gemacht wird. Brauchen wir die? Mhm. Wie auch immer, ich auf die Idee komme, die Gegner könnten da sein. Oh, guck mal da. Oh. Was zur Hölle? Du bist tot. Na das an Schaden, lächerlich. Der Affe lebt noch. Ich weiß. Der Schaden war aber lächerlich. Da muss ich gleich mal meinen Blink benutzen. Der Affe ist schon weg. Was ein lächerlicher Humbats-Schaden da gerade. Ohne Flachs. Ups. Aber hey, Humbats ist bestimmt gebalanced mit seiner lächerlichen Ultimaid. Töte ich lieber wieder Poseidon. Ach. Perfekte Wand und beschissen hast du dann. Herzlichen Glückwunsch. Weil. Aber dafür war die Wand echt gut. Ja, die Wand war gut. Da sag ich dir auch nichts gegen. Ah, wie lächerlich das gerade mit dem Humbats war. Das regt mich auf. Oh. Hey, Humbats. Jetzt verschwindet mein Carry hier. Allein mache ich doch gegen den nichts. Ja, das weiß ich. Oh, bei euch. Da hinten ist die Hölle los. Das ist Zeus. Jetzt geh doch mal da weg. Zeus kann doch jetzt ulten. Ja, und hinter uns sind auch noch zwei. Ja, ist alles voll mit Gegnern. Ach, verfickte Scheiße. Ich habe das Gefühl, ihr seid ganz schön tot. Ich nicht, aber unser Zoll ist schon. Oh, ich jetzt vielleicht auch. Ach, Nerv. Warum kommst du nicht zu mir? Ich komme hier weg. Mach dir keine Sorgen. Tust du das? Ja, ja. Der Zoubek allein, der. Äh, du kommst da weg? Ja, ja. Oh. Oh. Welches Skills haben die denn gerade nicht idiotisch an mich verballert? Ach, Gott. Ach, verflixt. Nein, ich will den noch haben. Siehst du ihn, siehst du ihn? Er ist tot. Vielleicht bezahle ich das jetzt mit meinem Leben. Ich weiß das noch nicht. Ja, wahrscheinlich. Gott. Dieser Affe, der ist nur Level 18. Der Schaden von dem ist unnormal. Und das Match hier ist viel weniger eindeutig, als es mir recht ist inzwischen. Und Barth ist online gekommen. Ach, wer ihm kommt. Ich wäre da so beinahe raus gewesen. Und ich hätte dich den Kill machen lassen sollen. Dann hätte ich genug Mana gehabt, um wirklich noch zu entkommen. Jupp. Und unser Zeuss geht ab. Und heilt sich, schöne Naja, den er hat sterben lassen, damit er sich heilen kann. War bestimmt extra. Ich kann Deathbringer gleich aufbessern. Weil Zeuss allein den Tower ja tausendmal besser pushen kann als Naja. Ja. Vor allen Dingen gegen Humbats. Der absolut nicht OP ist. Ein Schelm, der irgendwas anderes bitte hauptet. Naja. Weißt du, was auch gar nicht mehr lange geht? Nein. Das da. Warum? Na, weil der Buff da nicht mehr sein wird ab morgen. Ich lau dir wieder einen, ja? Von mir aus den hier ganz zu klauen. Ui. Ich meine, du es schaffst. Ah. Mist. Curses. Enemy missing, das ist richtig. Bis auf den Poseidon. Äh, Anubis. Oh, Anubis. So den hier klau ich dir auch, ne? Der ist nicht gut. Und weißt du warum? Weil er Anubis. Ohaha. Wie, du hast ihn mir nicht geklaut. Nein, und da sind Odin und Sobek. Ja, und hier. Und noch ein Affe. Das ist ein Affe. Ähm, nein. I'll attack the enemy. Ich finde die Idee besser. Enemy's incoming, enemy's incoming, enemy's incoming. An ally has been slayed. Ach, so ein Scheiß. Oh. Bis. Überlebst du? Jo, jo. Logge. Aber die kommen jetzt alle hierher, eventuell. Hm, nein. Und ich habe meinen Freeze nicht bereit. Gut. Oh. Das geht natürlich auch. Na? Jetzt noch den da hinten, der leider zu weit weg ist, um ihn an meiner Wand einzufangen. Na, ist egal. Vielleicht geht nur der Sobek ist tot. Wie öde. Oh, da sind noch mehr. Oh. Oh. Da ist noch ein Poseidon. Irgendwo. Ah, hier kommt ein fast toter Entgegner. Dann hole ich mir den. Hey. Hey. Oh Gott. Spitzenarbeit. Hinter uns. Oh. Das sind mir dann doch zu viele. Sind die zu viele? Zu viele, um allein reinzurennen. Da ist immer noch ein Humbert. Ja, aber Hades ist jetzt da. Der rennt da rein. Ach, Mann. Arsch. Und der... Ah. Und da ist ein Anubis. Lass Humbert's. Ja. Könnten jetzt einfach da den Turm pushen, wenn den Wert tankt. Nein, das macht nicht so viel Sinn gegen zwei Götter. Oh. Und das rechte nicht gegen drei. Mist. Bodyblock mich doch mal. Oh. Das ist ja doof. Das ist ja sehr doof. Bodyblock mich doch mal. Mach ich gerne. Wenigstens bist du noch gestorben. Wenigstens. Ja. Unser Zeus. Oh, oh, oh. Was ist denn mit unserem Zeus? Oh. Der sollte nicht so aggressiv sein gerade, glaube ich. Der sollte sich vor allen Dingen eine andere Route aussuchen. Ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er eh tot. Wir haben null Team-Koordination. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Aber ich habe Link. Und unser Naja tötet alles. Doch nicht. Was hat denn unser Naja fatales? Oh. Irgendwas hat unser Naja noch? Oh ja, Probleme. So balanced. Diese Ulti. Mhm. Mhm. Gehen zum Feuergiganten. Na dann gehe ich da jetzt wohl auch hin. Hast du Hawk? Nein. Aber ich habe eine Ulti. Wow. Und Blink. Na dann. Mal noch kannst du sie ja im Feuergiganten einsperren. Kannst du da noch wirklich tauchen? Mhm. Sie haben ihn. Oh. Das ist ja du. Das ist ja uncool. Ich weiß. Wir verlieren das Mensch gerade. Voll witzig. Ach. Wir verlieren das doch nicht. Wir verlieren das doch nicht. Gehen die zu Goldfury? Sieht so aus als kriegen welche von denen zu Goldfury. Kann sich anscheinend nicht entscheiden. Ähm. Der Affe ist drin. Ja. Sie greifen an. Hi. Das funktioniert übrigens nicht. Warum resettet die Schlampe? I don't know. Weg. Warum machen wir das? Ich weiß nicht. Jetzt resettet das Ding eh. Äh. Ach du. Ich bin ja tot. Mhm. Was hat mir da plötzlich so viel Schaden gemacht? Hab keine Ahnung. Aber der Affe ist tot. Ich hab in dem einen Moment auf meine Lebensanzeige geguckt. Fast voll. Und ne halbe Sekunde später bin ich tot auf einmal. Äh. Also fast tot. Ich hab's ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Hm. Hm. Das ist mein ganzer Gedankengang zur jetzigen Situation. Pfff. Ach wir gewinnen das noch. Ich hoffe. Ah das ultet alleine. Das ist doch eine spitzen Idee. Vor allen Dingen wieder rein zu gehen. Ich bin der Nächste im Brunnen des Verdämmens. Noch nicht. Erst gleich. Unterwegs. Mhm. Warum beat's ich nicht? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaub mir sprennt. Wie kann er denn da noch rauskommen? Das hat noch nie jemand geschafft so. Hat noch nie jemand geschafft. Nein ernsthaft. Nein ernsthaft auf die Art nicht. Wart mal wofür ich mir Sprint kaufe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist nicht sinnlos. Unsere Minions in den linken Turm zerstört. Du schau es nicht zu. Ach du Scheiße. Oha du solltest wieder. Und jetzt ist Zeus da. Äh. Naja du musst abhauen Zeus auch eigentlich und ich auch eigentlich Ja eigentlich 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 Ach Mist hat er dieses blöde Ding das absorbiert Ja ist tot Oh Affe total balanced Tower dived Und ich bin wieder da Und ich bin tot fast Na dann Aber jetzt habe ich mein Hide of the Nemelein fertig Die werden wieder beim Feuergiganten sein Soll ich? Was denn? Den Ja Okay Aber Poseidon ist Oh ja da habe ich da Anubis läuft da im Dschungel rum Unbutt pusht Ähm Feuergant ist gerespawned Gerade eben Ja hier sind Anubis und der Affe Na dann Und Poseidon ist links Und die rennen gerade Ah ne die ziehen sich zurück Ah Gott sei Dank wirst du niemals vage Angaben machen Ich will rechts splitpushen Kannst du woanders hingehen? Ja der Turm jetzt Ist jetzt links eh weg Deswegen habe ich mir auch Sprint geholt Weißt warum? Warum? Zum Wegrennen Ach Sehr kreativ Ne? Ja Nein ich im Notfall einfach weg Was ist mit Need Stuff? Schreib ihr dass ich splitpushen will Ich bin hier beschäftigt Ach jetzt nerv mich nicht Oh 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 da sind drei auf Mitte Das ist gut Ja ich weiß Äh Ja drei Und bei dir ist ein Affe hinter dir Und die Leute kommen alle zu dir Na dann Natürlich Natürlich cancelt es Sprint Warum sollte es auch nicht alle Fähigkeiten canceln? Wir gehen einfach so in den Fire Giant Das ist einfach nur nervig mit dem Affen Ach du scheiße bin ich tot Ja ist der Affe Ja ist der Affe Ist wirklich der Affe Ja Na dann noch mehr Physical Protection Der hat auch keine Penetration Doch hat er Mist Mhm Aber ja wurde in den Patch Notes auch gesagt Und im Moment killt der Affe einfach alles Was macht der Oden da? Meinst du der Hades? Mhm ich hab Oden da Da ist er ja wieder Die Gegner machen grad bestimmt kein Fire Giant Ach die Worte ist erlaschen Nervig Und Hamsan Äh vermutlich Andererseits Obwohl ne Hundert lebt noch Das reicht ja eigentlich ne Ja Ja sie haben ihn Aha das verlässt mich ohne was zu sagen Können wir uns zur Zeit nicht so ganz leisten Sobek ist rechts Odin ist Mitte Wo ist der Rest? Mhm Sobek pusht hier grad gegen mich alleine Oh ne das noch Nanubis Ah ja nervt mal nicht Und da ist noch ein Poseidon Oh Und da ist noch ein Poseidon Der mir irgendwie auch übel viel Schaden macht Oh ich lege gerade übel viel Wo ist denn der Poseidon hin? Oh Ach da Ah Oh dann hören sie es zu gut Waren die im Moment gut fast ein wenig Oh ich bin tot Ah warum ist der Typ so schnell? Ich bin tot Toll Ist Zeus auch tot? Natürlich ist Zeus auch tot Ach ja da ist ja der Apfel Ne Zeus lebt noch Ah das ist tot Aber Zeus ist auch gleich tot Der Apfel so absolut balanced ist Mal gucken der Apfel Ninja Tavi Yutuns Breath Void Blade Brawler Speedstick Deathbringer Und Quince Blade Ich will das Spiel hier eigentlich bald beenden Quatsch Quatsch Wir haben doch von denen auch einige getötet Und das hier ist mein Abschiedsmatch für die alte Map Ja aber dann müssen wir das gewinnen Müssen wir Ja müssen wir Na dann Dann muss ich auch Sprint fertig verbessern Unser Naja müsste sich eigentlich nur mal an dich heften Dann wären alle immer tot Ich bin tot Ich kann nicht abgruppen Aber ich habe jetzt noch mehr Physical Protection Wir sind doch garantiert schon wieder beim Fire Giant Ah ok Tihi Poseidon ist tot Haben die den Fire Giant schon wieder oder Der ist noch ein Wir haben ihn nie von der Karte gelöscht Achso Oh der Erpfe Ist da Natürlich Ähm Ja Nein Der entkommt nicht Ok lass uns rechts den Phoenix durchpushen Eigentlich sollten wir das Spiel versuchen jetzt zu beenden Mhm Sollten wir auch können Ah Poseidon lebt schon wieder Anubis kommt in 15 Sekunden Ich mache auch keinen Schein an dem Ding hier Ähm Also Also nicht Also nicht Fire Giant Ähm Vielleicht Nö Naja ist nicht hier Ist der greifbar Und äh Ha das stirbt vor allem gleich Das nützt nix Oh doch Du hast sie gemacht oder Ich habe geultet Äh wird nix Snell wird nix Äh Unser Zeus Ne Ich habe keine Ahnung was du machst Oh da kommt wieder der Affe Der killt alles Affe Ah Zeus 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 Ich habe dich nicht gerettet damit du jetzt stirbst Auf Ich habe dich gerettet damit du哎 Und du sie solltest zusammen Ich hatte Windows Und du siehst du Mit Ich habe Veropedia mein Die from Ja, ja, ich wollte nur den Kill noch sichern Sobek hat auf mich aufgegeben, nehme ich an Ja Der erste Arme des Hardes ist in der Gefahr Okay, er hat sich erledigt Vor allem hat unser Nazar tolles Equipment Wir müssen übrigens nur überleben, dann bringen die sich grad um Aber hey, ich hab einen Killsteal gemacht Das muss erwähnt werden, unbedingt Gehen die schon wieder zum Firegiant? Keine Ahnung, unser Zeust wird in einer Noob ist, weil er ein Noob ist Es wird mit jedem Mal besser Ich weiß Äh, ne, die werden wohl keinen Firegiant ohne den Hunbarz machen, ne? Man weiß es nicht, man munkelt nur, aber ich sehe so weg Äh, ich guck mal grad und ich hab keine Wards dabei mal wieder Ups Du brauchst keine richtige Hilfe, ne? Noch nicht, aber Hunbarz kommt auf mich zu Oh, wir wollen jetzt aber hier hin Oh, auja Mh, komm nach rechts Eventuell kriegen wir den Hunbarz tot Auch nicht so Retreat Mann, Mann, Mann Kannst du den Hunbarz gezählt freezen, dann bleib ich bis dahin versteckt Äh, ich muss ja unseren Zeus retten Der will sich selbst umbringen Na toll, jetzt wurde ich entdeckt Ah, das war daneben Das war getroffen Hi Hunbarz, guck mal, was ich ganz unauffällig mache Aber ich halte ihn auf Distanz, dann könnt ihr, sonst ich was machen Na, der kommt durch den Dschungel Oder doch nicht Stolen Ah, ich bin Tank Er ist doch spitze für dich Ah, der Split pushed Interessant Der ist doch prima Ups Affe, du bist nicht eingeladen Ach, du auch nicht Ach, Mann, oh Ups Du killst Dealer Oh, Alter Ah, Zeus Was tust du? Was tue ich? Jetzt Jetzt geh doch mal da Weg Okay, wir gewinnen GG Der Zeus Was ein Spiel Ey, good game Ja Das war ein Spiel über die alte Karte Sehr wenig Let's Player Kommentar, aber muss ja auch nicht immer sein, oder? Jupp Você tienes 27шей vore para dar und dazu auch noch zwei Double Kills. Ich habe vier Gems bekommen. Uuuh. Bestimmte dich das Match. Klar. Wow Focus on Zeus. Zeus ja. Der ist ja auch immer wie ein Wりましたniger reingerannt. Ja natürlich, wollen wir noch ich was zu diesem Spiel abschließend sagen? Z medicino. Ups, 1,17,11. Hm, nicht so überzeugend, ne? Zweites Item, Penetration, ist auch nicht so überzeugend. Wir können über all die Builds reden. Zeus' Build ist... Gegen wen stand Zeus auf Mitte? Gegen Poseidon? Ja. Zeus' Build ist in Ordnung. Vielleicht ein bisschen frühe Penetration. Und ich weiß nicht, warum er sich den Panzer geholt hat. Gegen den Affen am Ende wahrscheinlich. Aha, gegen den Affen. Ja, dann ist das soweit in Ordnung. Na ja, Fatalis, kann man drüber reden, muss man aber nicht. Ah, das war ein bisschen sehr tanky. Ist das für nen Tank schon sehr tanky? Wieso hat denn der sich überhaupt so viel leisten können? Keine Ahnung. Und unser E-Mail, boah, der konnte sich ja gar nichts leisten. Hat ja auch schlecht gefarmt, 3,27 Paar. Alles voran ist natürlich unsere Neath super gut, die nur vielleicht ein bisschen sehr spät in die Penetration-Kiste gegriffen hat. Schauen wir uns mal den Schaden insgesamt an. Damage Taken. Naja Platz 1. Ne, E-Mail. Warum sieht man eigentlich bei den Gegnern keine Tiers gerade? Keine Ahnung. Player Damage hat Zeus am meisten gemacht. Dann Naja und dann erst ich. Dann Hades und dann E-Mail war schlecht. Schlecht. Ist ja das Ziel von nem E-Mail Player Damage zu machen. Ja. Du bist in allem ziemlich weit hinten. Wie dem auch sei, ich werde jetzt F9 drücken glaube ich. Also im Moment, den Damage Taken führe ich. Oh, gut gemacht. Ja, ich bin tankt, das ist gut. In dem Sinne würde ich mal sagen, das nächste Smite-Video ist auf der neuen Karte. Jo. Die viele Fragezeichen in der Smite-Community aufwerfen wird, über warum hat Hyrus das so gemacht. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Sag mal richtig Tschüss. Tschüss. Sehr schön.